Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zu einem neuen Voice-Over. Diesmal geht es nach Foundry 42 in Frankfurt. Brian Chambers erklärt gerade, dass das Star Citizen Universe ja sehr, sehr groß ist und sie deshalb modulare Systeme brauchen, um dieses riesengroße Universum zu bevölkern. Ja, und mit einem Bauteil auszustatten. Deshalb geht es jetzt zu Benjamin Adair, der ist einer der Level-Designer bei Foundry 42 in Frankfurt und dessen Aufgabe ist es, zuallererst sich die Satelliten anzuschauen. Wir kommen später dann auch nochmal zu kleinen Außenposten. Jetzt werfen wir erstmal einen Blick hinter das modulare Satellitensystem, was Star Citizen irgendwann ausmacht. Sein Job in erster Linie war es also, ein System zu erstellen, was sehr, sehr viele Gameplay-Möglichkeiten erbringt. Also das heißt, ein komplett modulares Satellitensystem, was darauf aufgebaut ist, dass die Module selbst bestimmen, wie und welche Funktionen der Satellit dann im Spiel haben wird. Die Module enthalten also Komponenten ähnlich wie die Schiffe selbst und bestimmen verschiedene Funktionen. Also Schilde zum Beispiel oder auch Power Generators können in den Modulen drin sein. Nur im Gegensatz zu Schiffen sind diese eben vollständig automatisiert und regeln und regulieren sich auch für den Satelliten selbst. Die Satelliten an sich sollen sich ganz deutlich durch ihre unterschiedlichen Silhouetten unterscheiden. Also hier geht es vor allem darum, dass bestimmte Satelliten eben von außen gleich erkennbar sind, dass der Spieler sehr genau weiß, mit was für einer Art von Satellit er es hier zu tun hat und dass man das eben gut voneinander unterscheiden kann. An sich werden sie auch sehr große Satelliten im Spiel haben, die man also wirklich mit mehreren Modulen ähnlich wie eine kleine Raumstation schon betreten kann. Die Komponenten sind sehr, sehr unterschiedlich und können dann auch ausfallen. Also das heißt, sie können sehr gut auch fürs Gameplay genutzt werden, dass zum Beispiel eine Mission ist, einen Satelliten zu reparieren, in dem bestimmte Module ausgefallen sind. Oder auch, dass man später Daten stehlen kann daraus und so Datenbruchstücke dann wiederum zu eigenen Missionen führen, die man dann machen kann. All das soll in der Gameplay-Mechanik mit Satelliten verbunden werden. Außerdem wird auch die Location bestimmen, wie ein Satellit aussieht. Also ein Satellit, der zum Beispiel nah an einer Sonne ist, braucht entsprechende Kühlaggregate bzw. eben auch ein Schild gegen diese Sonnenstrahlung. Und so werden auch die Satelliten sich sehr, sehr unterscheiden, je nachdem, wo sie sich befinden. Immer zentral ist das Hub in der Mitte, was dann wiederum bestimmt, welche Module und wie viele angesetzt werden können. Wie man sieht, kann man die sehr, sehr schön, sehr schnell austauschen auch gegeneinander. Und zum Beispiel auch militärische Satelliten werden sich deutlich von Zivilen unterscheiden. Militärische werden keine Solarpanele haben, um eben nicht so groß aufzufallen und dann eben ihre Energie eher von innen heraus erzeugen. Weiterhin kann man sagen, dass Satelliten am Anfang noch nicht für Spieler zur Verfügung stehen werden, damit sie selber auch welche platzieren. Ob und wann das kommt, kann man jetzt an der Stelle noch nicht sagen. In jedem Fall werden aber NPCs die Möglichkeit haben, diese zu platzieren. Jetzt gehen wir zu Level-Designer Tobias Johansson. Der ist ebenfalls bei Foundry 42 in Frankfurt und mit einem anderen Teil des Level-Designs beschäftigt. Da geht es nämlich jetzt um kleine Camps, so wie wir sie in der Alpha 3.0 sehen werden. Neben den Hauptlandezonen natürlich soll es eben kleine Camps geben, wo er beschreibt, dass die Menschheit sich ja immer schon ausbreiten will. Und hier werden wir jetzt also die ersten kleinen Pionierstädte sehen, wie sie dann entwickelt werden, um in die Engine und ins Spiel zu kommen. Das will er uns jetzt zeigen. Dafür wählt man also als erstes die Art der Location aus. Momentan sind da tatsächlich die Auswahlmöglichkeiten noch sehr begrenzt, weil sie nur Locations mit einem Slot momentan so weit haben, dass man sie modular setzen kann. Das bedeutet, hier haben wir also jetzt das Äußere ausgewählt und jetzt kann man nach innen gehen und dort verschiedene Wahlmöglichkeiten treffen für die Interieurs. Das heißt, die Ausstattung von innen. Wir sehen da verschiedene Modelle. Es gibt, glaube ich, sogar eine Dusche, Toilettenhaus, Generatorraum. Alles Mögliche sind als Presets da vorhanden. Und wenn man dann damit zufrieden ist für die grobe Zusammenstellung erst mal, sucht man sich noch entsprechende Dinge, die das Äußere noch verkleiden. Etwa Assets, die dann eben helfen, das Ganze ein bisschen zu individualisieren, um es eben schon vom groben Aufbau her passend zu machen. Hier zum Beispiel auch eine Leiter, um auf eine höhere Ebene zu kommen. Also all das kann man hier an der Stelle jetzt machen. Es gibt dann auch schon Vorbereitungen für die größeren Assets dieser Art, die größeren Stationen mit mehr oder Bodenstationen mit mehr Slots drin, wo eben dann auch verschiedene Räume in verschiedenen Größen angezeigt werden. Das ist natürlich schon in der Vorbereitung, aber wird für die Alpha 3.0 erst mal nicht zu finden sein. Das sieht dann eher so aus, wenn man so ein kleines Forschercamp auf so einem Planeten entdeckt, dass man eben zwei Räume hat, die jeweils einen Slot haben, wo die jeweils ausgestattet sind. Und diese sind dann durch einen Korridor verbunden, der eine Luftschleuse hat, so dass man nicht dauernd den Anzug anbehalten muss, wenn man von einem Raum zum anderen geht. Das sind so kleine Pionier-Camps, wie man sie finden wird. Und es wachsen natürlich damit auch die Hoffnungen, dass man sowas vielleicht selber irgendwann auf Planeten baut. Darum geht es jetzt hier aber nicht. Das ist reine Spekulation. Wichtig ist, es wird alles manuell gesetzt. Dann wird es noch angepasst an die jeweiligen Bioms, also tatsächlich an die Umgebung. Und schlussendlich wird das Ganze ausentwickelt und verschönert, damit es dann ingame kommen kann. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Dies war jetzt mit dem Ende von Brian Chambers wieder eine Episode, ein Voice-Over zur Weiterentwicklung von Star Citizen. Abonniert unseren Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt. Und ansonsten verabschiede ich mich mit See You on the Flight Deck. Vielen Dank für die Unterstützung.